Das macht so Spaß, das glaubt ihr gar nicht. Ich weiß nicht, ob das beim Zugucken macht es wahrscheinlich nicht so Spaß, also ich meine wir machen ja auch Let's Plays nicht nur damit ihr zugucken könnt, sondern damit ihr auch ein bisschen vielleicht auf den Geschmack kommt, euch das mal angucken könnt, wie es wirklich gespielt wird, weil Trailer, ja ihr wisst ja, Trailer sind meistens so schön geschmückt und das eigene Spiel ist dann irgendwie dann doch ganz anders da und ja, ihr könnt euch hier halt Let's Plays angucken, um zu sehen, wie so ein Spiel wirklich ist und hab eben gerade einen Ask gesehen und das Spiel, muss ich echt sagen, es macht echt Spaß bis jetzt. Auch wie gesagt, auch wenn es jetzt stumpfes auf Bäume einschlagen ist, macht es trotzdem Spaß, weil so Crafting generell macht mir sowieso Spaß. Wenn man dann sieht, oh man hat was erreicht, hier so eine fette Hütte, für die man ewig braucht, bis sie fertig ist. Aber wenn sie dann mal fertig ist, oh ja. so jetzt wollte ich eigentlich noch halten wir gleich hier bei dem nächsten Mal. So jetzt wollte ich eigentlich noch halten wir gleich hier bei dem nächsten Mal. Ja. 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 Okay. Ich kenne das mal. Da liegt auch noch eine. Hier ist lauter Stein, jetzt müssten wir glaube ich neun haben oder? Ne zehn, das passt doch, die Tasche ist voll, weiter gehts, kann man da eigentlich auch Stücke drauflegen? Wahrscheinlich nicht oder? Es scheint ja nur, dass das für Felsen ist Oh, 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 oh ist fertig Einer noch Yeah Sau cool Marc, das Ding packen wir mal ein bisschen zur Seite auf gleich mal speichern so cool kann man jetzt hier auch ein bisschen Möbel und so ich glaube ich habe einen Schrank habe ich schon mal gesehen das gibt es denn hier Small Garden das haben wir schon Food and Water das haben wir schon achso das müssen wir ja noch fertig machen genau dann machen wir erstmal das andere hier fertig Feuer wieder an für den haben wir denn noch drei Stück noch zwei Geldscheine und guck mal ob wir die ah ne können wir nicht die Komödie die Tasche das sind alles dicke Bäume oh ich wollte auch ich wollte es aufnehmen das ist fast kaputt gemacht so hier ist noch ein kleiner Baum oh das ist ja Ausdauer wieder weg wir haben jetzt fünf einen haben wir gefunden genau und vier gefällt das heißt wenn wir jetzt noch einen finden da liegen sogar zwei ah Tricksack den Baum aufnehmen Das kann man doch mitnehmen, oder? Mal schauen, ob wir das nochmal schaffen. So, oder? Oh, was warnt das? Was das geile ist, wie das einfach stehen bleibt dabei. Guck mal, die kann man ja auch Trophäen draus machen. Dann wollen wir uns später machen wir uns schöne Trophäen in die Bude. Von jedem Tier möchte ich einen Kopf in meiner Bude hängen haben. Hier, das hängt schon wieder. Müssen wir uns ganz schnell aufhängen und zertrocknen. Greicht das jetzt eigentlich? 10 Stück? Ach ja, okay. So. Ich sehe jetzt eigentlich nur hier auf der anderen Seite. Dann hängst du da ab. Ohne Feuert. Sag mal, das ist... Ach nee, ist noch an. Was lassen wir jetzt noch? Das kleine, frische Stückchen. Hm. Leise rieselt der Schnee. Guck mal, da vorne ist noch einer. Wo ist denn der jetzt hin? Da. Das ist schon ein bisschen einfach, oder? Die zu killen. Oder was ist denn hier? Doch schon ein bisschen. Guck mal, den hier auch mit. Legen wir mal hier. Oh, hallo. Ach, sag mal hier. Was ist denn los? Das sind ja ganz schön viele. Gehen wir mal hier rein. Fuck. Kombinieren. Ach, der wird ja nicht zuschlagen. Das ist eine Waffe. Okay. Was ist jetzt da? Was mache ich damit? Gut. Gut. Ich bin verfallen. Ach, das ist, weil ich meine Hütte geschlagen habe. Sollte ich vielleicht nicht machen. So, habe ich jetzt wieder die Axt. Wann ist das getrocknet? Oder bleibt es einfach dann im Prinzip nur frisch? Wenn das hier hängt. Oh, da ist nichts drin, nichts drin. Warten noch ein bisschen, bis wir ein bisschen durstiger sind. Blätter gehen leer. Was machen wir denn als nächstes? Wir machen... Small Garden. Was machen wir mal? Vielleicht können wir ja was anpflanzen. Wasser können wir auf jeden Fall was nichts anpflanzen. Mal hier drüben, ist eigentlich eine schöne Stelle, oder? So, hier. So. Zwei Baumstange. Das kriegen wir hin. Ganz schnell. Ach, der ist schon wieder total kaputt. Hast du jetzt das... ...vergessen, was ich ins Feuer gelegt habe? Ich glaube nicht, ne? Ich habe es schon wieder vergessen. Ah, komm schon. Der ist aber auch mal außer Puste, ey, der Kass. Mal ein bisschen schräg legen. Damit das nicht den Berg runterrollt. So, jetzt. Mal noch ein bisschen. So. Dann können wir vielleicht nur noch... ...wieder nur noch ein paar brauchen. Da haben wir ja schon mal ein paar liegen. Ansonsten müssen wir wieder... Ach, hier wurde ich schon wieder im Arsch. Achso, hier war das. Ich war vorbeigelaufen. So. Und jetzt? Was mache ich jetzt damit? Kann ich jetzt irgendwie was in die Hand nehmen? Eid kombinieren. Die ziehen. Wieder draus gemacht. Oh, 102 Stück. Hm. Da müssen wir es uns mal hinlegen. Haben wir noch ein paar gefunden? Ähm. Legen wir uns mal... Ach, wir können noch gar nicht schlafen. Ach, wir können hier noch gar nicht schlafen. Das ist ja doof. Wollen wir mal hier ein paar. Jo, jo, jo. Ein paar Blätterchen. Feuer geht ein bisschen oft aus. Ist ein bisschen nervig. Aber ein wenig. Ah, die scheiß Ausdauer. Ach, guck mal, hier ist ja schön. Frag ich mich, was da eigentlich das Maximum ist. An Blättern. Was man einsammeln kann. Jetzt haben wir elf. Schauen wir mal. Was hier das Maximum ist. Sammeln es mal auf jeden Fall voll, weil brauchen kann man es immer. Das ist doch irgendwas, oder? Das ist doch irgendwas, oder? Bin ich doof? Da matschelt doch irgendwas im Boden rum. Hm. Pallus schon. Pilze, die essen wir lieber nicht. Ich weiß nicht, welche. Oh, die sehen, glaube ich, gut aus. So, haben wir jetzt unser Limit. 38. Ne, hier kriegen wir immer noch welche. Habe ich gerade Essen gesehen? Nein. Aber, Essen gibt auch Energie. Geht es mal zu langsam. Es gibt auch Energie. Ach, Drecksack. Mal langsam zurück. Es sind jetzt wieder die Kannibalen hier unterwegs, nachts. Jetzt voll, oder? 67. Ich höre wieder was. Ich gehe lieber. 72, sollte erst mal reichen. Ach, ich habe Gänsehaut. Wenn ich weiß, wovon Wurst kommt, dann kribbelt es mich überall. Da kriege ich mal ein ganz ekliges Gefühl, wenn ich was höre und sehe nichts dazu. Das ist ja fast so schlimm wie der Resident Evil 7 Demo. Gribbel, gribbel. Ganz eklig. Ich habe übrigens meine Seite ein bisschen umgebaut jetzt. Die ist jetzt ein bisschen schöner gestaltet. Habe dieses Layout anpassen jetzt ausgewählt. Könnt ihr mal reingucken. Ist jetzt ein bisschen übersichtlicher geworden und alles. Was soll ich denn machen? Hier. So. Jetzt können wir aber schlafen, oder? Nein, immer noch nicht. Das ist scheiße. Was trinken. Feuer machen wir mal an. Und dann legen wir was zu essen rein. Haben wir was da? Ist das noch gut? Ist das noch gut? Legen wir mal rein. Können wir das andere aufhängen? Jawohl. Hängt jetzt alles? Ne. Da ist noch Platz. Was ist denn das? Hört ihr das? Ich klappt. Das ist schade, dass man hier das Baumharz nicht hier reinwerfen kann. Dass das länger brennt. Als die scheiß Blätter hier. Einfach Baumharz reinwerfen. Und das brennt dann länger. So, kann ich jetzt schlafen? Kann man hier schlafen? Ne. Der Cooldown zieht vorbei, da? Kann ich eigentlich auf Feuer hier trennen? Kann ich das machen. Oder fasseln wir dann die Gude ab? ich glaube das kann ich hier rein bauen das geht schief das sieht aus als würde es gewaltig schief gehen ganz schön groß das feuer das machen wir nicht aber eine holzhütte feuer ist natürlich ich mal davon aus nicht so die schlaue idee wir lassen es mal so irgendwie schaut es aus schlafen vielleicht können wir schlafen auf jeden fall speichern vorher nicht dass was schief geht und jetzt schlafen sehr schön sehr schön das ist natürlich wieder hunger nehmen wir einmal quip c et ach wenn es getrocknet ist kann man es auch so essen das kann ich reinlegen das ist praktisch das ist vorher fast gar nicht mehr das reicht nicht so jetzt haben wir nämlich das problem jetzt wasser ein bisschen kacke trinken jetzt erstmal aus dem brunnen aus dem brunnen äh aus dem brunnen cold and wet das bekommt ihm nicht so gut was wollten wir denn jetzt als nächstes bauen was bauen wir denn als nächstes so was haben wir das sind so allgemeine survival tipps ok äh feuer haben wir das haben wir auch auch food hier rabbit cage mit der wind hier durch five tank das brauchen wir jetzt mal nicht was ist denn wichtig hier das ist einfach ein schrank oder wir können aber bestimmt hier irgendwo rein ach guck mal wie schön mach's gut mein freund wir sehn uns wieder bye bye bumbeddie bye 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 bye